Hochhackige Schuhe sind da rausgekommen. Machen die mich fett? Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem munteren Gamescom-Special. Hier mit dem allseits beliebten Likoper unserer gelben kleinen Gamescom-Kartoffel. Und ich wollte jetzt eigentlich wieder Crumpy Cat sagen, aber was ist denn mit dir los? Ich bin wieder ausgewechselt. Ja, bist du immer Faka? Kann das sein? Das ist immer der grüne Kerl hier, der grüne Grashüpfer. Okay, ja, heute geht es ja unser Special. Ja, heute ist Mittwoch. Wir sind wahrscheinlich auf der Messe. Vielleicht sieht man sich ja sogar. Und wir spielen eine Runde Lucky Staircase, wer als erstes oben ist, der hat gewonnen. Wir haben hier verschiedene Lucky Blöcke. Einmal die Gamescom-Lucky Blöcke, sowie die Spotted-Variante, die irgendwie so ein bisschen aussieht wie eine Giraffe. So. Kopa. Das sieht eher aus wie eine schimmelnde Banane, oder? Wie eine verschimmelnde Banane. Ernst? Du musst es wissen. So. Kopa. Kopa. Ja, was denn? Weißt du noch, was letztes Jahr passiert ist auf der Gamescom? Was ist letztes Jahr passiert? Was, was? Schießt das los? Das war voll cool. Also, wir sind durch die Business Area geschlendert. Dann hat uns eine schöne Frau angesprochen, die weniger anhatte, als so manches Unterwäschemodel, so in etwa. Wir haben es halt so Kind auf der Gamescom. Ja, und dann lott sie uns in so einen kleinen Raum, und dann so, wuuuuh! Und dann kann da so ein komischer Typ und zeigt uns Simulatoren. Okay. Bahn, Bahnfahrer, Bahn Simulator war das. Ja, da, da, ach Gott. Okay, gibt es auch einen Haken? Bahn, Angeln oder Flug Simulator, das wären die drei wichtig. Ja, ich glaube, ich war das gespielt. Aber es war lustig. Okay, auf die Plätze, fertig. Ich, ich, ich weiß nicht, das war wieder, okay. So, was haben wir denn hier? Okay, wir haben hier einige, was? Was ist das denn? Demokrat? Hä? Moment, hä, was ist denn hier gespawnt? Ist das dieses Kabuff, was wir aus der Gamescom kennen? Nee, das klingt nach Gas. Aber es sieht so ähnlich aus. Ja gut, dann komm. Die, 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 die! Ja, sehr gut. Du hast meine, du hast meine Strecke wieder freigesch... Oh mein Gott. Was ist das für ein Mist? Ich hab keine Lust mehr! Prüfe ich da aus, ich will nicht mehr! Ach, komm schon! Ey, ist das dein Ernst? Ich hab grad mal zwei Blöcke oder so abgebaut, ne? Drei! Drei! In Zahlen drei! Hier fällt ein TNT runter! Sind das diese Karts? Das sind fliegende Karts, die TNT spawnen. Na toll! Na toll! Ja, also Gamescom, große Geschichte, sehr viele Aussteller... Sehr viele Aussteller... Der Peaceful-Knopf ist weg! Oh nein. Ja, dann, keine Ahnung. Ich, ich, ich hab kein... Mach ich wieder hin! So ein MacGyver, der hier mit ein paar Sachen hier wieder so'n Ding spawnen kann. War das nicht so? Ach du Schande. Ja, soll ich schnell so'n Ding zusammenkleistern oder hast du's schon gemacht? Ich hab da eben grad... Okay. Hast du auch drauf gedrückt? Ja, ich bin drüber gelaufen, aber die komischen Minecarts werden davon nicht betroffen. Hast du... Ist das die Premiere, dass du zum ersten Mal hier die Peaceful-Difficulty umgestellt hast? Kann das sein? Nein, ich hab die schon voll aufgemacht! Okay, dann ist ja gut. Dann ist ja gut. So, wen haben wir denn hier? Wir haben hier Sailor Moon! Mensch! Sailor was? Sailor Moon! Jetzt ist sie verschwunden! Jetzt ist sie da unten. Jetzt ist sie auf der Erde. Toll. So. So, auf der Erde? Heißt sie dann Sailor Earth? Ja, das war... Nein! Da war ein blauer Panzer! Ein blauer Panzer, gell? Ja, ein blauer Panzer aus Mario Kart hat mich gerade verfolgt. Weil teilweise spawnen die einfach... Ja, die treffen immer den ersten, komisch. Wie viele Level hast du? Äh, keine. Ja, deswegen verfolgen die mich auch, weil ich wahrscheinlich mehr Level habe. Ah, das könnte voll Sinn machen, das klingt voll logisch. Ja, dann sammeln mal bitte irgendwas ein, bitte. Komm schon. Also Gamescom, sehr viele Aussteller, man kann sehr viele spielen, saucool. Und vielleicht sieht man sich ja an irgendeinem Stand, aber Sailor Moon Merkur, also bald hab ich hier ein Bingo, wenn das so weitergeht. Ja, aber du bist schon wieder so weit. Aber, aber die dürfen uns ja, also ihr dürft uns zwar sehen und ihr dürft euch zuwinken, aber das war's auch, weil wir dürfen da keine großen Treffen veranstalten. Das Problem ist, wie gesagt, auf der Messe dürfen wir leider keine Fantreffen veranstalten. Also wenn wir das vorher mit der Messe abklären würden, dann wäre es okay. Abgeklärt hätten, so rum, das ist die richtige Temposform. Ähm... Wie hier hättet ihr die richtige Temposform? Ja! Du kannst nicht mal Temposformen! Ja, ich wollte doch korrekt sein! Hast du dich gerade Tempo genannt? Ja! Du bist doch so schnell! Du bist doch schon so schnell! Du bist doch gleich oben! Ich geh die ganze Zeit rauf und wir haben kein Keep Inventory an! Was? Wir haben kein Keep Inventory an! Oder? Verdammt! Nein! Wieso haben wir das nicht an? Guck mal, mach das schnell! Ich nehm jetzt deine Steine, so. Was? Ja, ich hab keine mehr! Ich hab aber auch keine mehr, ich hab nur noch die paar! Wie viele Stacks hast du denn noch? Ja, nur noch die, die in der Kiste waren, weil ich meine ganzen Leute mitgenommen hab! Ach, und du bist jetzt auch runtergefallen und hast alles verloren? Ja! Okay, 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 alles gut! Also wie gesagt, wenn ihr uns seht, es kann sein, dass wir ziemlich schnell über die Messe rennen müssen, ich weiß nicht, wir haben uns ja, also... Dann, ähm, wir können ja während dem Laufen dann irgendwie kurz quatschen oder sowas, aber ansonsten gerne, äh... Genau! Also wir können euch während dem Laufen sagen, wir laufen gerade weiter, wir haben keine Zeit, das können wir während dem Laufen... Eventuell seh ich etwas genervt aus, aber das liegt dann nicht an euch, sondern... Sondern an mir, ja, ja, schon klar! An Haka, nein! Sondern daran, dass ich wahrscheinlich wieder nächtelang durchmachen werde! Ich hab keine Spitzhacke mehr! Also bitte nicht wundern! Es kann sein, dass ich ziemlich genervt... Das ist Luigi! Nein! Ich hab keine Spitzhacke mehr! Echt? Ja, und jetzt? Hab ich ja Pech gehabt, oder wie? Ich weiß es nicht, soll ich Keep Inventory anmachen? Ich werf's in die Mitte des Pokeballs, die ist jetzt beim Pokeball irgendwo... Komm schon TNT, zünde! Ich hab hier... Highcraft HD, der ist im Übrigen für alles verantwortlich! Was? Der hat die... Der hat die Blöcke erstellt! Ah! Wieso sind die eigentlich so... Solide irgendwie, ne? Die kann man irgendwie... Weiß ich nicht! Wo ist der Pokeball? Ach da! Der Pokeball! Die brauchen... Die brauchen irgendwie total lang, bis man die abgebaut hat, oder? Ja! Das ist irgendwie komisch! Ich hab Karotten! Die sind ja gut fürs Auge, oder? Ich hab hier ein Cosplay von Mars, das ist wahrscheinlich Sailor Mars oder sowas! Mars? Sailor Mars! Nein, der nicht! Sailor Mars! Ich mag aber Schnickers viel lieber! Sailor... Schnickers! Sailor Mars! Oder Twix! Bounty! Du bist ja schon da oben! Was? Ach komm schon! Wie soll ich das denn noch schaffen? Ja, und jetzt? Der macht die Wither kaputt! Ja, wie soll ich das machen? Keine Ahnung! Lass dir was einfallen! Ich hab extra Difficulty nicht umgestellt, damit du runterfällst! Einer noch! Ich hab mein ganzes Inventar! Ich bin da oben! Ich bin da oben! Ich hab's geschafft! Nein! Hast du nicht! Hast du nicht! Doch! Der Wither ist übrigens immer noch da! Kopa! Da gab's einen Block, der Effekt hat das ganze Inventar geleert! Nein! Doch! Wie Creeper Place! Was denn jetzt? Hi Kopa! Ja warte mal! Geh mal weg! Nein! Nein! Tut's! Sailor Moon! Hier! Rote Shells! Nice! Hallo! Was soll das denn? So, es regnet! Stell mal den Regen bitte aus! Okay, also! Wie war das? Togel Downfall! T-O-G-E-L! T-O-G-E-L! Ah! Siehste? Hast dich schon erkältet! Hast dich schon erkältet! Da ist ne Ader geplatzt! Da ist ne Ader geplatzt! Echt noch eine? Theoretisch, wenn du die jetzt abschießt, musst du die ganze Lacken Blöcke zerstören! Das müssen wir jetzt mal gucken! Ja, mach! Fast! Ähm! Wow! Sie hat auf jeden Fall zwei zerstört! Wäre das erlaubt gewesen eigentlich? Nein! Also ja, aber das hätte ja bei mir welche zerstört, weil ich ja bei mir auf der Seite stehe! Du hast also gewonnen! Und dann müssen wir jetzt nächstes Mal bei... Ich hab doch aus den letzten Blöcke doch auf! Nein! Ist okay! Lucky Race! Da geht es dann am Freitag weiter! Am vorletzten Messetag! Genau! Und dann... Ja! Ich freu mich schon drauf! Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen! Ja, ich unterbreche dich einfach! Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei! Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß auf der Messe! Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder! Bis dahin und tschüss! Au!